Welche Speisen enthalten Calcium und Vitamin D? 1. Milch, 2. Eilige Käsearte, 3. Joghurt Wie lange braucht es, bis deine Knochen einmal komplett neu gebildet werden? 1. Zehn Jahre, 2. Drei Jahre, 3. Zwanzig Jahre 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei Was hilft, seinen Knochen stark zu bleiben? 1. Kraftübung, 2. Schlafen, 3. Fernsehen 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei Wie lange kann der Rückmarsch am Mond sein? 1. Zwanzig Kilometer 2. Drei Kilometer Und das dritte, 10 Kilometer 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei Was könnte es durch die andere Blutverteilung im Körper im Weltall für ein Problem geben? 1. Einschlafen 2. Geschirrschäden 3. Purzelbaum Wie schwer ist ein Rahmenanzug? 1. Zehn Kilogramm 2. Hundert Kilogramm 3. Tausend Kilogramm 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei Was ist der kleinste Bauteil des Lebens? 1. Organ 2. Blut 3. Zelle Warum schweben wir im Weltall? 1. Keine Schwerkraft 2. Mehr Gewicht 3. Fließkraft Welche Kraft wir wirkt, wenn der Ball herunterfällt? 1. Pflichtkraft 2. Anziehungskraft 3. Wirken 5. Wurfenergie 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei Welche wichtige Aufgaben haben die Knochen? Nummer 1. Schützen, bewegen Nummer 2. Bewegen, stützen 3. Schützen, stützen welche toys 1, 2, 3. Schützen, sniffatore 3. Röhrenknochen 1, 2, 3 Horst 1, 2, 3 Elett 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1. Röhrenknochen, 2. Schädel, 3. Rippen. Was Besonderes ist nur in Röhrenknochen. 1. Knochenmark, 2. Blut, 3. Knörpel. 1, 2 und 3. Letzte Chance vorbei.